naja ich muss er drückt, stimmt ja da war ja was so, endlich der was Easy. Ey, danke Sil- was Silikon Valley, das kann man so schlecht lesen irgendwie Easy, so Bis an die Glühe Nicht dein Ernst, ich habe noch solche Pokémon Platten Oh nein Nein! Was ist... Was? 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 Not der fucking... Ernst! Der... You're kidding! Teleporter! Ähm... Von der Abgezene Musik natürlich recht geil ist... Ey, Alter! Der kann ja... Dieses Gelärme, ne? Dieses Gelärme ist total, ey... Unfair! Einfach nur! Was ist das? Keine Ahnung... Ja, hallo! Hörst du mal auf, du Mispi! Ach, das ist ja mal übelst unfair, dieses Gelärme, ey! Boah! Das Nerven kotzt mich jetzt schon an! Und ich auch folge über die... Über die Scheiße! Ich wollte eigentlich die Dinger noch einsammeln! Äh... Den... Ja, oh komm! Fick dich doch, Mispi! Was gibt's denn, ey? Ich komme echt weit vor wie Mirko! Möcke Megaman! Alter! Was tue ich dein Ernst, ey? Ey, du lernst mich jetzt, wo ich hier rumlaufe! Ja, das ist jetzt schlecht! Äh... Du musst nichts wiederholen, nicht du! Komm her, komm her, komm her! Na, ne! Ist klar, Mann, ey! Wie unfair! Total unfair! Einfach nur! Da und... Die... Die... Ich hasse das, die Pokémon-Platten! Bis recht als reinkommen! Toll! Da unten, okay! Da! Ha! Verarsch! Das Misty! Okay! Okay, da links waren noch welche... So, hier.. Dann sind viele! Blau! 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 Blau sind alle meine Kristalle! Äh... Ne, wegen das Lied... Blau sind alle meine Kristalle! Ich weiß gar nicht, wie das Lied geht! Ich kann sowieso nicht singen! Daher... Ja! Nein! Was? Wo sind auch welche? Wo? Äh... Ich stehe ja ernst! Ach, da unten? Na, okay... Geht doch! Und das ohne Gescheute jetzt mal, danke. Ja, ich werde noch teurer erwischen, ist klar, Spiel. Mann, ey. So, wie viel Raum man denn für Sender Tribut 11? Ja, toll, ist ja geil, ey. Ah, das gibt's so nett, ey. So, jetzt ist wieder mal Sheeting Time angesagt, wenn ich total verkacke. Na, ach, nee, 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 ich will hier erst fertig sammeln. Oh, ich muss das mal an, ey, wie unfair das ist, ey, ganz ehrlich. Wie schnell die sich bewegen, ey, das ist doch einfach nur total unfair. Nee, 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 nee. Fail beim Sheeten, geil. Ich kann das bloß nicht laden, weil, ähm, ja, ich muss erst mal speichern. Obwohl ich laden darf. So, safe. Noch mal die File 1 überspeichern, so. Probieren wir mal, egal, ein paar Liga fahrt, auch wenn ich den Stahl verkacken werde. Scheißegal, ich schieße jetzt, ey. Das ist, bleh. Ist mir egal, ob Markus so meckert, soll er halt. Mir doch scheißegal. Oder andere Leute. Meckert halt, mir doch egal. Warum guckt sich das an, ey? Wie die abgehen, die Mugels. Schlimmer sind ja alle gleich schnell. Fies einfach nur, fies. Seid RPG-Maker-Events, ne? Das ist halt genug, dass sie auf Haar so schnell sind, wie in manchen, äh, gewissen RPG-Maker-Spielen. Ha, scroll! Ha, 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 ha. Und, ja. Na gut, das haben wir uns jetzt was geschafft. Wenn die jetzt nicht all of a flag kommen, tanzen würden. Ha, 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 tanzen. Da steht der Party, ha, ha, ha. Ja, knapp. Oh, knapp. Guck ich das an. Ja, das ist end. Erste Hard-Level. Ja, ha, 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 ha. Ja. Ja. Und ohne Cheaten, oder? Keine Ahnung, scheiß drauf. Oh, Cookies Island. Mein Herz hat sich falsch. Mein Mikro. Warum? Warum passiert man jetzt immer, dass ich auf die falsche Taste drücke? Warte mal. So, gleich soll ich es ummachen. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ach, das nervt, das nervt einfach nur, ey! So! Na, 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 na! Am durchdrehen! Ich bin voll am durchdrehen! Nein, 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 nein! Ne, du, ne, auf DOS hab ich gar keinen Bock! Verarscht! Äh, ja! Ich glaub, das einzige Spiel, wo ich mich, äh, wo ich wirklich durchgehend mal geschildert hatte, war Mafa 3, aber noch zum Zeitpunkt, wo ich die Kombos noch nicht konnte, weil ich noch nicht wusste, dass man den Emulator richtig anstellen muss für die Kombos. Also, inzwischen, ich hatte Mafa 3 mal kurz gespielt eine Weile, und, ähm, ja, beim Schiegel voll gefällt! Scheißvieh! Ähm, hab dann, hab's dann gespielt und hab an, an so einem Nervenmonster hab ich ne, ne 14er Kombo geschafft! Da war ich so stolz einfach nur, dass ich ne 14er Kombo geschafft hab, und Markus hier einfach mal über Fass eingegangen, und 16er und 16, 16, 16er Kombo, 16er Kombo, 16er Kombo! Ja, voll imbar hier, ey! Aaaaaah, blüß, heiß, mystery! I hate you! I hate you so much! Silence! I'll kill you! Not! Nein, ich bin nicht Ahmed der... tote Terrorist, oder.. Ahmed der Terrorist... Macht das eigentlich auch nicht diese Farche von... 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 äh andersstaatlich mit das sind eigentlich auch total beschissen ja halt ich sag einfach ausländer was solls es ist einfach so natürlich auch so bei den leuten die schon seit ewigkeiten in deutschland wohnen ey und nein ich bin nicht irgendwie nazi-fan und scheiße fassen solche leute sowieso ja was glaub ich gerade für ein Mist so die 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 man sind Papa 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 die kennt ihr tapft den Kelsey bildigen pop-blöbelанти 이에요 blowing auch, ne? Aber hier ist es einfach nur meine eigene Unfähigkeit und selbst beim Schicken die Unfähigkeit. Oh, guck dir euch das mal an, ey. Wie unfair das einfach nur ist. Da blicken die Eile immer zu die Ausgänge. Da haben wir absolut keine Ahnung mehr lange laufen soll. Verwandte Kacke, nochmal. Alter, du blöd, scheiß Blobbelvieh. Oh. Meine Fresse, ey. Lass mir den ganzen scheiß Hartöl verschaffen, damit das abgehackt ist. Die Musik passt echt nicht auf das Level. Das ist einfach nur total nervig, das Level. Finde ich. Aber nur gut. Die scheiß Blobbel geben mir so oft die Nerven, die scheiß Blobs. Scheiß. Das wirklich Secret auf meiner ist das, glaube ich, ne? oder so. Das ist, glaube ich, aus Seiken Densets 2. Seiken Densets 2 nicht Densets 2. Das kommt, glaube ich, nicht. Wird, glaube ich, nicht mitgesprochen oder so. So sehr apanisch kann ich auch wieder nicht. Ich kann nur ein paar Wörter. Aber auch nur, weil ich die Schäden in Animes war von da. Ey, was geht's aber nicht? Ich muss mir das neue Spiel bescheißen davon hier ordentlich, ey. Mann. Aber man kann nicht diese Scheiße vielleicht nicht mal schaffen, ey. Es kommt in dem Moment, da mache ich die Gäste aus dem Spiel weg. So wie ich es bei, 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 bei Dings getan habe, bei Ähm, wie ist das Spiel? Einfach jetzt ein Scheiße. Äh, Ritter on the Run, genau. Da habe ich dann irgendwann die Gegner entfernt, weil sie einfach nur so ist. Und arschlössig waren so viele einfach nur und total unfair, dass es einfach nur irgendwann entfernt hatte, die Gegner. Ich meine, hier geht's ja noch. Ich glaube, hier werde ich nicht so weit kommen, dass ich so sehr menschlich die Gegner entferne, aber Aber da, bei dem Spiel, Ritter on the Run, da war es ja wirklich extremst. Und das Spiel ging ja auch noch ein paar Stunden, das war ja das Problem. Es war ja nicht nur, dass es einfach nur so ein Fun-Game war, es war einfach auch noch ein Gameplay und ich finde, Fun-Games mit Gameplay, das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Dass man das Gameplay ja auch noch meistern muss. Nein! Der war da! Da war der! und nicht da! Aber ich rate heute, ne? Ganz wahrscheinlich bis sich daran legen, dass ich ein bisschen müde bin. Ich habe schon dauert einmal gesagt, glaube ich heute. Ich glaube ja auch mal falsch. Ey, hallo! Der ZD! Boah! Und dann immer dieses blöde Schatzleinsame Video, dieser blöde Schatz-Game-Overscreen. Oh! Hab mir gesagt, dass das Spiel gut ist, hab ich es mal gesagt, und ich nehme alles zurück. Nicht! Es ist jetzt nicht unerhörtlich schlecht, es ist einfach nur teilweise total beschissen unfair. Teilweise ist es einfach nicht mal Dark Souls unfair, sondern einfach nur Mecha unfair, weil der Scheiß-Epic-Game-Mekka mit ihrem Scheiß-Event logiklar mir übers auf den Keks geht. Das ist schon der bifide Versuch, keine Ahnung. Ich will das noch schaffen, 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 Nein! Wer? Fuck you. Ich sehe es übrigens, glaube ich, so weit kommen, dass ich irgendwann noch die, äh, das Event, was dieses Game Over auslöst, so in die Ideen werde, dass man nicht mehr auf diesen beschessenen Game Over Screen kommt. Ey, komm, fit euch, Leute, ich mach das jetzt weg, diesen scheiß Game Over Screen. Oh, guckt euch das mal, was ich jetzt zu Schande gebracht habe. Ich gehe einfach mal kurz Game Over. Ist doch schon, der ist nicht angenehm, ey, ein nicht, verdammt, wir hacken noch mal. Und so ist es auch in Choco Panic X-Maxx und Choco Panic Space gewesen, dass man einfach nur ins Minütere konnte, die Level-Auswahl. Wie ich vor allem zurückkam, wäre es zwar noch angenehmer gewesen, aber egal, das brauche ich mir jetzt nicht mehr aufs Self-Drucken, wenn ich gebrüffelgehe. Es ist, es ist der Nerv-Faktor schon einiges weniger, hahaha, ähm, das wird nichts mehr, scheiße. Ähm, mannoo, es kommt, äh, es ist... So, ich werde jetzt versuchen, so wenig wie möglich nur noch zu schicken, weil es ist nämlich nur um meine eigene Dummheit, die die ganze Kacke verursacht. Die ganze Kacke, was glaube ich hier gerade schon wieder, ja, guckt euch das, ey, und da ist so ein Kacke, ey. Tchö. Dann guckt euch das an, ey, das gibt's doch nicht. Gäben! Psy eebel! Ahem, wie ich hier gebe meins auf den Knicks, ne? Dass die hier überall rum, ähm, wenn man da einmal drin ist, dann kann man's schon vergessen. Einmal, ups, einmal in der Ecke und schmeckt man gleich mein Glas um. Hachnohais, will diese scheiß Levelnschaffen nie, das gibt's doch nicht. Warum muss man denn nicht bitte langlaufen? Das muss die Gegner einen nicht erwischen. Na, guckt euch das an, ey, guckt euch das an. Ich kann nicht mal nach rechts, weil diese Scheiß-Gegner auf, keine Ahnung, Event-Touch oder so eine Scheiß gestellt ist. Total unfair. Geht mir übelst auf den Keks, sowas. Solche einfach nur unfairen Sachen. Das ist einfach nur unfair. Na, ich mein, ich hab keinen Skill in solchen Spielen, ich weiß. Nein, falsch. So. Dass man da nicht auch mal nach rechts und links kann, das ist auch...